ja willkommen mein name ist an die urlp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei der serie in der letzten folge haben wir alfreds jagdrevier betreten und ja wir haben jetzt die möglichkeit zu den bäne schulen zu gehen und dahin wo glaube ich die erdprüfung ist laut dem speicherpunkt und ja ich habe mich letztens schon gewundert warum wir hier gegner sehen können auf der karte und ja ja scheiß landes macht irgendwie sind da ist die katze ja also weiß ich war von pendrago also es hat hier noch ein trago gebiet anscheinend so wir gucken uns mal hier noch ein bisschen um auch wenn man noch nicht hier hin müssen auch wenn wir vielleicht noch nicht irgendwo hin können aber weiß ich nicht vielleicht finden wir ja gerade hier irgendwie was was mich kurz was machen wieder gegner immer näher kommt und ich verlaufen oder kommen was habe ich jetzt noch mal gesagt also ob es hier irgendetwas befindet was wir bauen könnten oder ja mit quest was weiß ich ein speicherpunkt ist mir eigentlich vollkommen da haben wir finden hier irgendwas haben wir schon den dings gefunden erkundung und ein ap sozusagen bekommen schon jemanden porzellanregal wieder umgeschmissen ja aber irgendwas ist hier und wenn wir nur ein paar gerichte herstellen und unser snack zubereitung skill aufleveln ist mir vollkommen egal besser so früh wie möglich alles und dann können wir auch zur erden prüfen gehen und hier ist sozusagen die beiden wege haben hier eingeführt okay dann hätten sie mich da hingegen jetzt gehe ich hier lang was ist das wasser ja weil ich feuer hätte ich erkannt mit so dreieckig aus ja also feilmäßig erden zeichnet sieht genauso aus wie der speicherpunkt deswegen warum eigentlich man angriff ab verteidigung ist jetzt gab es noch nichts gutes zu finden das war den weg irgendwo unten war ja so eine tür die man nicht aufmachen konnten wir uns ein schlüssel fehlt irgendwie so hat also ja das ist schon mal hier das wieder hat feuer hier zu überlegen wo leeren regen oder fröhlichkeitsschild so wow a verteidigung angriff auch glaube ich keiner durch ein bisschen erschreckt wir haben noch mal gekämpft ich finde im weiß sieht sie richtig gut aus so komplett im weiß mit haare ich meine kleider ja 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 mal gar nix ich würde hier irgendwie mit so einem ausgegner hier wieder rechnen ist und der spart schwert hallo oder meinen normen vor sonnen lass mich raten vor gibt es gegner der verschwendung was ich hier glaubt wenn vergiftet irgendwie oder wenn es doch für vergiftung glaube ich beruhig dich ich will dich mit der verbindung danke ich bin nicht verbinden kann weil er wie ein blöder abgehend quarkspapier da habe ich auch schon ein paar neue sachen angefragt da geht man allerdings aber verdammt runter das verstehe ich nicht da haben wir ja glaube ich hier alles schnell jeder ganz näher zwei runden lang gegangen sind habe ich noch nicht alles erkundet glaube ich möchte part beendet haben wir mal zurück und danach gehen wir zur erdprüfung und wir gucken mal ob wir einige bosse noch schaffen ich will diese eigene fledermausen mal versuchen auf level 52 ist die ist glaube ich nicht stärker als er beim auf und dem haben wir schon vor ort dass ich viel viel erledigt also ja immer versuchen und natürlich was hier draußen auf uns wartet weil warum denn nicht jetzt wüsst du ruhig weil warte mal ich merke hatte da sind nur sagt dass du überall wenn ich jetzt wüsste wo ich lang gegangen bin und wo nicht hier bin ich dann gegangen ich glaube ich bin nach oben lang gegangen aber da habe ich nicht ganz durchgegangen ich weiß gar nicht mehr da ist der stein dann bin ich glaube ich da lang gegangen und dann war die tür da ne hätte ich nicht öffnen konnte ja da ist der truhe da ist die tür ja gut empfehlen dir noch ein paar sachen der eine weg da unten wenn du das dann speicher punkt sein dass er sowas von perfekt da sind da irgendwelche zeichen dran irgendwelche zeichen dran nein hier ist ein zeichen dran wasser aber perfekt aber ich liebe es wenn das spiel 22 auf dass ich stehe das haben wir uns schon mal den rückweg erspart finde ich sehr gut und falls wir irgendwann mal hier rein müssen haben wir wieder abkürzung finde ich auch sehr gut allein für das schon die reihen zu geben ist schon wieder wunderbar so und lass mich raten da ist ein boss seltener hallo auch das ist aber über das krasse aus ja aber nicht mit leila bitte war gespeichert eine herrn eine ein na mehr war 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 doch auge wat 58 gott ich brauche jemand anderen als den ganz sehr auch so viel schaden das ist auch geachtet jetzt habe ich nichts auch mal was macht ihr schon wieder sehr gut selbst wenn die jetzt klappt das noch mir ist egal ihr halt euch jetzt hier so das ist mit kleo wieder kaputt ne weißt du macht ihr denn da schon wieder das ist ein bisschen zu hart immer so geil wie er am anfang klappt da machen wir einen schlag immer fällig kornow jungen ja er wartet der war 58 glaube ich und die fehler maus weil er will 52 ich hab die machen wir mal platt aber schon wieder drei bosse denen wir anfangen können hoffentlich wenn wir tun haben also sogar eine karte und schafft hier in die falsche richtung zu laufen das ist weiß ich habe erford schon so ein bisschen können da seht ihr mal so weg war ich meine gold schlüssel und geizt 1000 galt mal einfach so aber 58 kein dinge dann gucken wir mal bei fritz dingen wie stark hat eine fisch ist natürlich richtig doof dass hier uns jeder post natürlich wieder wanted man schottet aber es ist die paar kp könnten wir gebrauchen die damit kommen da sieht es überhaupt titelmäßig aus habe ich da überhaupt vernünftiges ausgerüstet also was zur rei glaube ich war so spinner mehr wie sie läuft ja gerade dies auch level du bist aber gegen feuer richtig ich finde den angriff so geil ich habe eine mystik wie konntest du bitte schon davon getroffen werde was zehn milliarden jahre in der luft ich weiß nicht wie man die mystiker er macht das jetzt setzt er seine dinge ein ein nein du bist aber echt ne? Geh auch damit. Kannst du mal auf mich losgehen? Danke. Wenn ich jetzt noch wüsste... Boah. Boah, echt? Jetzt hat er schon wieder ausgewechselt. Geil. Genau, tot. Geil. Na toll, jetzt wird er ihn wieder nicht töten. Nicht töten. Miklär muss noch auferstehen. Verlebt mich doch am. Es... War wir auch nie kaputt, bevor. Noch ein paar Sekunden, bitte. Ein paar Sekunden noch. Aber jetzt... Ich weiß nicht, wie man den Muscat einsetzt. Ich drück die Knöpfe, ne? Aber ich bin zu blöd, dass hinzubiegen... Aber wir haben es geschafft. Gut, ne? Boah. So, alle am Leben. Ja. Boah. Ob wir mal ein Viecher auf Level 58 schaffen, aber wenn wir ja wohl... Ein Viecher auf Level 52 schaffen. Guck mal, die Fledermaus. So. Kampf. Also ich drücke X, hab halt X gedrückt, halt Dingens gedrückt. Bei 4 oder mehr, wat? Aber ich muss ja nur Combo einsetzen, aber boah. Ich geh gleich nicht hin. Ja, wer speichern jetzt mal? Weil das war doch... Ja, knapp. Aber wir haben es geschafft. Dann gehen wir nochmal zur Einhöhle zurück. Ich bin dann auch Dingens, ne? Ja. Wie heißt die oder nochmal? Lamora Köhle, glaube ich. Weil da war... Wie Fledermaus. Lass mich mal kurz gucken. Wie stark. Die hatte 4.600 Anglauchskraft und 4.700 Anglauchskraft. 4.400 Anglauchskraft. 4.900. Boah. Aber das ist weniger Verteilung. Deutlich weniger. Aber schon wird dauer. Irgendwie zu biegen sein. Wenn er eine Viecht hat, machen wir irgendein andermal. So, wir machen wir da folgendes. Hi, na? Äh, Widerstand. Okay. Nein, ich will nicht... Ist so rechtlich teuer. Ah, ich will es vor rechtlich meinen. Okay. Weg von Leila. Wurcherweise geht dann am Anfang des Kampfes immer relativ gut vonstatten, ne? Weil immer in der Mitte haben wir Probleme. Sie schaubt die ganze Zeit mit einem Kaffee zu überleben. Kannst du mal aufhören? Auf sie loszugehen? Also, wenn du dich mal auf mich konzentrieren würdest, ne? Vor allem immer mit Cleo, ne? Immer mit Cleo krieg auf die Fresse. Sollst du ihn wiederbeleben, Pader? Jetzt hat die eh nicht wiederbelebt, die blöde... Ja, toll, jetzt macht ihr ihn dann fertig, bevor wir hier... Boah. Boah, wach so. Boah, wir ja machen den fertig jetzt. So toll, dass ihr das jetzt schafft, das zu überleben, ne? Ich überwarten muss, bis mit Cleo wieder am Leben ist, ne? So, oh mein Gott. Ich hab' keine einzige Art gelernt, ehrlich. Was ist das denn, bitte schön? Ja, wir haben normale Kuh bekommen, ich hab' keine einzige Art gelernt, ehrlich. Boah, hab' ich auch aufs Green trainieren können. So, wieder eine normale Kuh bekommen, 13, aber jetzt schon. Cool. Okay, cool. Ja, zweimal ein paar APA zu bekommen. Da bringt's, glaube ich, ne? Da kann man zum Jagd-Revier zurück und... Ich denke, es ist ja... Ich hab' mir schon voll gespoilert. Sind wir ja gut gewappnet, ehrlich gesagt. Fällt nur dieses eine Viech, das wir... ...bestimmt ausschaffen könnten, aber... ...lassen wir jetzt erst mal. Äh, ich möchte mir nicht schon wieder so einen Stress machen, aber ich muss schon wieder auf mit Cleo auffassen. Wie schafft er es, die ganze Zeit überhaupt zu verrecken? Ja. Einen Prüfung, hier kommen wir. Aber schon lange, wenn man benutzt, ist die Erden-Armatisierung. Ich war überraschend oft die Feuer-Armatisierung gemacht. Am Anfang hab ich irgendwie voll wenig... ... äh, gemacht. Ich hab' gehört, dass wir auch Level-mäßiger richtig sind, ne? Wieso ist das so schlimm? Hm. Ich hab' gehört, dass wir auch Level-mäßiger richtig sind, ne? Oh, heil. Wie? Wie? Ja, aber zwei von diesen Viechern haben fertig gemacht. Wie? 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 Wie, ich weiß, dass du immer alles gut auswählen wirst. Du bist so schlimm, wie? 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 Das war ein bisschen hart. Warum mit den Ohren? Daher kann der Osterbote nicht zurückkommen. Ich würde es gerne mal an den Osterbote. Das ist das? Na... Ehm... Edona? Es ist危險! Gehe... Gehe... Dann gehen wir an den Osterbote. Ja, ich kann ihn nicht schützen. Ich kann ihn nicht schützen. Ich kann ihn nicht schützen. Gruseliger Edna ist gruselig. Das ist aber eine geile Musik. Der Anfang hat mich voll an Madoka Magica erinnert. Jetzt wird es wieder voll episch. So, okay. Das sieht ein bisschen leichter aus. Was willst du denn? Ey. Oh ne. Keine Zauberwirkung, bitte. Da kommt ich mich jetzt schon an. Oh, 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 oh. Hab ich mir gedacht. Das ist auch perfekt dafür Edna steuern, indem ich schreie. Oh, 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 oh. Bleibt ihr hier? Oh mein Gott ey. weiter mit haus einfach so weggennt ich bin ein anderer mitnehmen dass er mir taurus er rennt jetzt nicht weg ich bin ein anderer mit im lassen säule die schätze gab ich mir noch ab hier natürlich gucken uns das mal aber nämlich noch nicht bekämpfen wahrscheinlich kommt ja auch wieder ein rätsel vor sehen guck mir ganz genau alles an zum beispiel der steine irgendwie so weit haben die sind so als erste verdächtige hat mir ja so aufhält er träge gucken wir uns aufspielen an also ich gehe weg ha cowboy hotel neuer hut für diese da kann ich ihnen überhaupt noch was geben einmal habe ich nämlich schon oder es war zum ausrüsten ok ich habe gedacht ob er mit wasser wahrscheinlich ja okay mit dem minotaurus schlagen wir uns in der nächsten folge darum ich komme ja nicht zurück man doch irgendwie musste zurückkommen aber die auch noch fällig es hat gar keinen bock gegen die zu kämpfen wir sind überhaupt 46 auch mein level also wie viel aus weil er alles auf dem rauch und der ist immer noch leben titel hoch okay hallo mal stromrufe das ist gold jetzt hier und verfreien wir hinterlässt überall eine spur von blut und kampf ok cool merken da wird an dem party wenden wenn wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play tells of the stereo ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge